25.09.2011 mit der Ape durch McDrive Grüß Gott, vielen Dank! 2 mal den Snack-Wrap bitte! Ja! Einen McChicken! Ja! Und eine Apfeltasche! Ja! Danke! Das macht 7,19 Euro zum zweiten Schalter bitte! Danke! 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 Naja, so ist es halt mit dem Fast Food. Slow Vehicle goes fast food. Naja, das ist eher Slow Food. Aber, ja. Das passt dann zum Vehikel. Genau. Das passt dann zum Vehikel. Das passt dann zum Vehikel. Das passt dann zum Vehikel. Danke sehr. Bis demnächst. Und das war's bei Pöli 1. Pöli 1. Pöli 1. Pöli 2. Pöli 2. Das punch call, Pöli 1. Pöli 2. Pöli 2.